Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei mir im Zentrum. 1,5 Milliarden Euro, das ist der erwartete Umsatz im Weihnachtsgeschäft. 1,5 Millionen Menschen in Österreich sind laut Statistik Austria armuts- und ausgrenzungsgefährdet. Sie stehen im Schatten der klingenden Kassen. Und wenn die Armut sichtbar auf der Straße zum Betteln sitzt, wird wie jedes Jahr über Verbote diskutiert. Aus der Politik hören wir zwar ständig, nicht die Armen sind zu bekämpfen, sondern die Armut. Aber wie schaut dieser Kampf aus? Wir fragen heute, Betteln, Not und Armutsfallen tut der Staat genug? ÖVP und FPÖ sind unserer Einladung zu diesem Thema nicht nachgekommen, auch nicht die Sozialministerin. Ebenso wollte SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner nicht diskutieren. Doch ich freue mich besonders auf diese Gäste. Peter Hacker, der Sozialstaatrat Wien-SPÖ sagt, Arme Menschen haben nicht nur weniger Geld, sondern auch weniger Chancen. Eine solidarische Gesellschaft gleicht das aus zum Nutzen aller. Stefan Kaineder, der stellvertretende Bundessprecher Die Grünen, meint, unser Sozialstaat gibt das Versprechen, die Schwestern nicht allein zu lassen. Oberste Priorität hat daher die Bekämpfung der Kinderarmut. Gerald Lohacker, der Sozialsprecher NEOS, fordert einfach fair und treffsicher. So sollte ein funktionierendes Sozialsystem aussehen. Bis dahin ist noch einiges zu tun. Maria-Katharina Muser, die Direktorin Diakonie Österreich, mahnt, Armut heißt vor der Zeit sterben, auch in einem reichen Land wie Österreich. Und Franz Marholt, der Sozialrechtsexperte WU Wien, sagt, ein entscheidendes Instrument zur Armutsbekämpfung ist eine nachhaltige Arbeitsmarktpolitik und der Staat sollte endlich aufhören, das Existenzminimum von Kindern zu besteuern. Online können Sie diskutieren unter debate.of.at slash im Zentrum und als Gast im Publikum begrüßen wir Ferdinand. Er war ein Jahr obdachlos und sagt, vergesst alle Klischees, jeder kann obdachlos werden. Hier in dem Haus der Visavi habe ich ewig gelebt. Erstes Kind Jugendlicher, dann kam ich zurück, meinen Vater zu pflegen, habe dort diverse Investments gemacht, wie einen Aufzug fürs Bad, Handläufe, Windeln, was auch immer. Der Vater verstirbt, Ferdinand bleibt auf den Kosten sitzen. Fast gleichzeitig verliert er auch seinen Job und es kommt noch schlimmer. Einige Zeit später habe ich dann schlussendlich meine komplette Familie verloren. Und ich habe den Kopf auf und ins Amt gesteckt, habe keine Postbewerb gemacht, keine Rechnungen mehr bezahlt, was auch immer. Und wurde dann schlussendlich delogiert. Mit der Delogierung verliert Ferdinand nicht nur Wohnung und persönliche Gegenstände, sondern auch fast alle sozialen Kontakte. In der Obdachlosigkeit grundsätzlich versteckt man sich ja auch. Man will ja nicht, dass die anderen das wissen, dass man echt am Sand ist, echt im Arsch ist. Heute möchte Ferdinand andere wissen lassen, wie es ihm damals ergangen ist. In speziellen Stadtführungen erzählt er über das Leben in der Obdachlosigkeit. Viele Leute in Österreich sind nicht versichert und ihre Behandlungen werden, ausgenommen, es ist was lebensbedrohliches, selbstverständlich von den Kassen nicht übernommen. Das bedeutet, hier treten dann diverseste Organisationen, wie Samarita, Pontio, Aneta, Barmherzike, whatever, in Funktion. Und die behandeln alle, gratis. Ferdinand lebt heute wieder in einer Wohnung. Doch das Schicksal der Obdachlosen lässt ihn nicht los. Es kann sich jeder vorstellen, ja, im Juli, August ist es super draußen zu schlafen. Aber wenn dir der Arsch abfriert, ist es niemals erleuert. Der Verein SuperTrams bietet diese außergewöhnlichen Führungen an, die Sie machen und vier andere auch noch jede Woche. Abwechselnd auf Deutsch und auf Englisch. Herr Ferdinand, schön, dass Sie da sind. Schönen guten Abend Ihnen nochmal. Erwachsene, Schüler, Schülerinnen nehmen an diesen Führungen teil, zwischen 2 und 25 Leuten. Was ist denn die häufigste Frage, die Ihnen gestellt wird? Naja, es gibt grundsätzlich zwei häufigste Fragen. Und zwar, wie kommt es dazu, nach den persönlichen Gründen? Und da ist es natürlich meistens verbunden mit Verlusten, Jobverlust, Familienverlust, was man sich alles vorstellen kann. Und daraus ergeben sich auch eine Reihe, unzählige persönliche Schicksale, die, ja, man kann es zwar sagen, das große Muster ist Verlust. Aber es ist trotzdem sehr individuell, was wir unseren Gästen bei den Stadtführern und unseren SuperTrams auch näher bringen wollen, indem unsere Führungen auch sehr individuell ausgestaltet sind. Und die zweite Frage ist natürlich die Frage nach der Zahl. Es ist fast unmöglich, eine exakte Zahl herauszufinden, denn man könnte sich jetzt verlassen auf die Angebote einer Notschlafplätze. Aber man muss auch beachten, dass viele Frauen in der versteckten Obdachlosigkeit sind, die sich bei Freunden, Bekannten auf die Couch legen und dann endet es vielfach allerdings in Gewalt, was nicht wirklich sehr zielführend ist in der Beziehung. Und vielleicht sollte man wirklich einmal das statistisch untersuchen, weil es möglicherweise der Haker zuständig, und dass man endlich einmal weiß, von wie vielen Leuten man spricht. Eine schlimme Erinnerung ist die Delogierung bei Ihnen gewesen. Sie hatten damals 15 Minuten Zeit, um eben die Wohnung zu verlassen. Was haben Sie denn mitgenommen? Ja, ich meine, man hat zwar an sich mehr, aber ich habe ja keine Post mehr aufgemacht, also habe ich die Vorwarnungen nicht wirklich rechtzeitig erfahren, dann waren die Zeitläufe schon weg. Und in der Früh klopft dann der Exekutor und sagt, guten Morgen, raus aus der Wohnung. Und natürlich, man nimmt, man denkt einmal, das war kurz vor Weihnachten, Kleidung mit, keine Frage. Aber natürlich muss man auch auf die Papiere schauen. Wenn man ein Telefon hat, sollte man vielleicht das Ladegerät nicht vergessen. Einige kleine Erinnerungen. Aber man kann nicht allzu viel mitnehmen, weil einem da nicht wirklich ein Track oder Wenn zur Verfügung steht. Und auch in den Notstrafstellen oder Übergangswohnheimen hat man ja auch keinen Platz, eventuell sehr viel an Zeug zu bunkern. Sie haben aber nie im Freien geschlafen? Glücklicherweise nein. Ich habe beim Herrschern gelernt, Camping zu hassen wie die Pest. Aber natürlich, es bleibt manchen Leuten nicht erspart, insbesondere Zuwanderer aus Ungarn, Rumänien, Deutschland, wo auch immer, St. Bültern, die hier keinen Anspruch haben, die müssen natürlich schauen, wo sie unterkommen. Denn die privaten Initiativen sind nicht so dicht gesät. Und da darf man auch maximal 30 Tage im Jahr nur sein Bett beziehen. Also natürlich gibt es viele Leute, die in der Öffentlichkeit, in Parks, auf unseren Hügeln der Stadt oder auf der Donauinsel übernachten. Aber es ist nicht wirklich lustig, keine Frage. Wenn Sie dann fast wie jedes Jahr vor Weihnachten die Diskussionen rund um ein teilweises Bettelverbot hören, was denken Sie sich? Na ja, also ich habe nie den Mut gefunden zu betteln. Und jeder, der in der Öffentlichkeit die Hand aufhält, gehört sowieso zu den Ärmsten der Armen. Und man bettelt ja nicht wirklich aus Lust und Laune, weil das so viel Spaß macht. Sondern wir leben in Zentraleuropa, wo alles Geld kostet. Vom Bett für die Nacht über das Wasser, das man braucht, wie auch immer. Und natürlich Politiker mit einem netten Gehalt, das vielleicht andere auch gern hätten, überlegen nicht. Die gehen in ein Geschäft und sagen, ja, das will ich. Und denen freut es gar nicht auf, was am Konto fehlt. Aber dann sagen sie, ja, ich will aber die Bettelei vor meinem Geschäft nicht sehen. Denn, na ja, woanders als in Einkaufsstraßen oder Fußgängerzonen sollen die Leute betteln? Im Industrieviertel, wo kein Mensch herumgeht? Also gegen ein Bettelverbot, also auf jeden Fall vielen Dank, Herr Ferdinand. Vielen Dank. Danke. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob es überhaupt eine einhellige Meinung in der gesamten Runde gibt zu einem Bettelverbot. Ja oder nein, Frau Moser, ein generelles wurde ja schon einige Male vom Verfassungsgerichtshof aufgehoben. Es geht dann, wenn immer, bei den Diskussionen um ein teilweisees Bettelverbot, wie es eben in einigen Städten der Fall ist, wie in Innsbruck, wie in Salzburg, wie in Linz. Was halten Sie davon? Ich halte es für die falsche Debatte. Ich glaube, wir müssen fragen, warum betteln Menschen? Das sind meistens Notreisende aus anderen Ländern. Und dann müssen wir schauen, was können wir tun, damit sie nicht betteln müssen. Herr Ferdinand hat es ja schön gesagt, das macht niemand gern, das macht niemand freiwillig. In der Diakonie waren wir da vor allem in Salzburg mit dieser Frage beschäftigt. Und der Kollege König hat sich auch unterhalten mit Menschen, die betteln, hat herausgefunden, die kommen alle aus ähnlichen Orten, in dem Fall in Rumänien, ist auch hingefahren und hat die Situation dort vor Ort kennengelernt. Und die Frage wäre, das ist Europäische Union, ich glaube, die EU muss eine Sozialunion werden, nicht nur eine Wirtschaftsunion, immer stärker. Gibt es Möglichkeiten von Städtepartnerschaften, um sozialen Know-how-Transfer herzustellen? Solche Fragen wären entscheidend. Und eins kurz noch, wir müssen, glaube ich, die Kirche auch wirklich im Dorf lassen. Das sind keine großen Zahlen und die große Aufmerksamkeit entsteht, in Salzburg haben die Behörden und die Hilfsorganisationen gemeinsam herausgefunden, geht es um 100 Leute, das ist keine große Zahl. Die Kirche im Dorf lassen, Herr Hacker, Sie haben ja dafür gesorgt, dass das plötzlich zum Thema wurde, weil Sie eben in diesem Profilinterview, Sie haben das natürlich ausführlich diskutiert und sind Rede und Antwort gestanden bei meinem Kollegen Armin Wolf, weil das Profil fragte, heißt das, die Stadt Wien werde dafür, mehr osteuropäische Bettler abzuschieben? Und Sie haben wörtlich gesagt, ich bin nicht dafür, ich hätte nur nichts dagegen, das ist ein feiner Unterschied. Aber so ganz klar war es dann nicht, ob Sie jetzt dafür oder dagegen sind. Ich finde, die Debatte ist echt sprendet. Ich habe vor allem in einem Interview gesagt, mit aller Klarheit, Deutlichkeit und Unmissverständlichkeit, dass ich gegen ein Bettelverbot in Wien bin, dass wir in Wien auch gar nicht daran denken, ein Bettelverbot einzuführen, und wenn dann irgendwelche Facetten von einem Interview, das eine Stunde dauert, dann lieber breitgewalzt werden. Dann ist es sehr unterhaltsam für viele, aber ehrlich gesagt, das ist völlig nicht. Und ich nehme an, es wäre ganz sicher autorisiert. Wir haben eine klare Position in Wien, als eine der ganz wenigen Millionenstädten Europas, wo es eine klare Position, eine klare sozialpolitische Position gibt. Wir sind gegen ein Bettelverbot. Ich habe die Debatte nicht angestoßen, bin interviewt worden, weil es in einem anderen Stadt ein Bettelverbot gibt und dort wird diskutiert, das abzuschaffen. Und Wien kann als Vorbild gehen, wir haben keine Ahnung. Sie hätten nichts dagegen, wenn Osteuropäische, also Bettler und Bettlerinnen, die aus Osteuropa kommen, abgeschoben werden, frage ich anders. Nein, das war überhaupt nicht die Hauptfragestellung, sondern es ging um die Menschen, die dahinterstehen, wo Menschen missbraucht werden. Und ich habe mich klar geäußert dazu, ich bin dagegen, dass Menschen missbraucht werden. Und ganz besonders bin ich dagegen, dass arme Menschen missbraucht werden. Und zwar sowohl arme Österreicherinnen und Österreicher, die missbraucht werden, als auch arme Rumänen. Und wenn es Menschen gibt, die Menschen missbrauchen und aus anderen Ländern kommen und hier ein Geschäftsmodell realisieren, nämlich Bettler zu missbrauchen, da bin ich dafür, dass die abgeschoben werden. Dazu stehe ich. Aber das ist eine Frage auch des europäischen Aufenthaltsrechts, auch diese Verbindung gemacht. Aber ich glaube, wir könnten weiter bei Herrn Ferdinand fortsetzen. Das war die spannende Frage. Eine Initiative, die sich Battle Lobby nennt, die aus der Armutskonferenz eben heraus entstanden ist und auch Rechtshilfe anbietet, die hat Ihnen dann aber daraufhin eben einen offenen Brief geschrieben und meint, dass es wichtig wäre, dass es eben diese Streetwork-Angebote gibt, dass es Anlaufstellen gibt für armutsbetroffene EU-Bürger und Bürgerinnen und dass die nicht abgeschoben werden sollten und mehr Sozialarbeiterinnen und Arbeiter, die eben deren Sprache sprechen. Haben Sie das aufgenommen, diese Vorschläge? Ich bin da aufgenommen. Ich meine, die Wohnungslosenhilfe in Wien, und zwar von der Straßensozialarbeit angefangen bis zur Reintegration und der Unterstützung zurück wieder ins selbstständige Leben, so wie es beim Herrn Ferdinand offensichtlich auch gelungen ist, die ist mehr als herzeigbar. Wir haben in Wien alleine für den Winter zusätzliche 900 Schlafplätze, zusätzliche 600 Tagesbetreuungsplätze eingerichtet im Rahmen des Winterpakets. Da gibt es überhaupt keine Nachfragen, wo kommen die Menschen her, weil die sozialpolitische Zielsetzung in Wien sehr klar ist, nämlich wir wollen, dass die Menschen nicht frieren und erfrieren, ganz egal, wo sie herkommen. Also diese Forderung ist längst erfüllt. Und wir haben zusätzlich das gemacht zu einer riesengroßen Leistungsgruppe der Wohnungslosenhilfe, die beginnt bei Notschlafstellen bis zum betreuten Wohnen, bis zum Zurückführen wieder ins selbstständiges Wohnen mit 6500 Plätzen. Also ehrlich gesagt, die brauchen wir da weder verstecken noch genieren. Das ist eine mehr als herzeigbare Dimension der Wiener Wohnungslosen. Jetzt habe ich fast vergessen, weil der Herr Ferdinand gesagt hat, es wäre interessant, ob es diese Zahl gibt. Gibt es diese Zahl, dass man weiß, wie viele Obdachlose es gibt? Oder schätzt man das eben nur immer, wie die Notschlafstellen besetzt sind? Nein, nein, wir wissen das ziemlich genau. Und wie der Herr Ferdinand richtig gesagt hat, gibt es eine Gruppe, wo die Zahlen ein bisschen unpräziser sind. Das sind die Frauen. Sehr genau wissen wir es bei Männern, weil Männern andere Lebensformen dann haben, wenn sie in dieser Lebenssituation, obdachlos zu sein und weniger oft dann in prekären Wohnverhältnissen unterkommen, oft auch dann vollkommen absacken und wie sie dann wirklich finden in den verschiedenen Einrichtungen. Wir haben deswegen auch 70, 80 Prozent Überhang bei Männern, also wie bei Frauen in der Wohnungslosigkeit. Insgesamt haben wir im vergangenen Jahr etwas über 11.000 Menschen betreut in der Wohnungslosenhilfe. Und wir wissen, dass Frauen vor allem tendieren dazu, dann nicht in die Hilfsangebote zu gehen, sondern sich dann noch irgendwo herumzuschlagen, in prekären Wohnverhältnissen, so wie es der Herr Ferdinand auch erzählt hat. Das ist unser Hauptproblem. Und deswegen haben wir auch sehr viele spezialisierte, rein auf obdachlose Frauen oder von Obdachlosigkeit bedrohte Frauen, Hilfseinrichtungen der Stadt, damit die den Mut haben, den Schritt sofort zur Hilfe zu gehen. Herr Keine, der Georg Willi, der Bürgermeister von Innsbruck, dort gibt es ein teilweisees Bettelverbot bei Adventmärkten oder bei Ostermärkten. Das will er, wenn möglich, eben aufheben, weil das eben auch von der Gemeinde aus möglich ist. Was ist Ihre Meinung, was Städte betrifft? Und teilweisees Bettelverbot soll es das überhaupt nicht mehr geben? Und gemäß dem Vorbild von Georg Willi? Die Grünen haben sich immer gegen ein Bettelverbot ausgesprochen. Und da muss man jetzt einmal fragen, was passiert denn da, wenn Menschen betteln? Der Herr Ferdinand hat es ganz richtig gesagt. Dann sind sie sozusagen am Existenzminimum, an der Kante. Und wir erreichen überhaupt nichts damit, wenn wir diese Menschen verstecken. Das heißt, ein Bettelverbot versteckt die armen Menschen zwar, es bekämpft aber nicht die Armut, die sie dorthin gebracht hat. Herr Hacker hat zuerst angesprochen, dass es Formen, es gibt sehr wenige, aber es gibt Formen organisierter Bettelei. Das ist das auch, was die Menschen beunruhigt, glaube ich. Wenn sie aus den Medien erfahren, na ja, da kommen sozusagen, die werden organisiert, auf die Einkaufsstraßen gesetzt und dahinter steht sozusagen irgendeine korrupte Machenschaft oder so etwas. Das muss man ernst nehmen aus meiner Sicht. Aber die Hintermänner von organisierter Bettelei findet man ja nicht in den Einkaufsstraßen. Das heißt, ein Bettelverbot hat da überhaupt keinen Sinn. Da hat man mit dem Strafrecht eigentlich ein Maßnahmenpaket, das man ausführen muss. Und um das geht es eigentlich. Das Bettelverbot versteckt die armen Menschen vor uns und das kann nicht das Ziel von Armutsbekämpfung sein. Herr Lorca, interessant ist, eben im Profil war dann eine Umfrage, dass doch die Mehrheit der Menschen, zwei Drittel, Unique Research hat da gefragt, zwei Drittel der Menschen für ein generelles Bettelverbot wären. Warum ist das so? Warum ist das so weit auseinander? Ich glaube, das ist, wie die Kollegen beschrieben haben, auch eine Frage der Unsicherheit, ob da vielleicht organisierte Bettelei dahinter steckt. Das kann ja der Durchschnittsbürger so nicht sehen. Und das ist eine Aufforderung, eben ins Gespräch zu gehen, nicht ein Bettelverbot auszusprechen, ein radikales, sondern versuchen, mit den Sozialarbeitern, mit den NGOs, mit der Bevölkerung vor Ort, mit der Polizei Lösungen zu finden im Gespräch und sich um diese Menschen zu kümmern. Jetzt möchte ich eben gern zum Thema Kinderarmut kommen. Ich habe schon eingangs gesagt, es gibt ja viele Bereiche, die man diskutieren kann bei diesem Thema. Aber Kinderarmut ist eines, das sich fast alle Parteien, kann man sagen, auf die politischen Fahnen heftet, um dagegen anzukämpfen. Und wenn wir uns eben, jetzt heißt es noch Mindestsicherung und die Mindestsicherungsbezieher nach dem Alter anschauen, im Jahresdurchschnitt 2018, dann sieht man, dass 0 bis 14, eben dass 30 Prozent der Mindestsicherungsbezieher bis, also unter 14 Jahre alt sind, 6 Prozent 5 bis 18, 27 Prozent 19 bis 35, 24 Prozent 36 bis 55. Und so geht es dann eben weiter bis in 65 plus eben 5 Prozent. Also der größte Anteil sind Kinder eben unter 14. Herr Marholt, Sie haben eingangs gesagt, dass es Ihnen wichtig wäre, von Ihrem Thesensatz her, der Staat sollte endlich aufhören, das Existenzminimum von Kindern zu besteuern. Als ich das das erste Mal gehört habe, habe ich mir gedacht, meinen Sie jetzt damit eine Art Grundsicherung für Kinder? Was meinen Sie da genau? Ich meine, dass in einer Familie von einem Erwerbseinkommen so viel nach Steuern überbleiben sollte, dass der Regelbedarf des Kindes garantiert ist. Das sind für Kinder über 19 Jahre, also Studierende, 590 Euro. Das sind für Kinder zwischen 15 und 19 470 Euro. Und das sollte nach Steuern überbleiben. Der Staat besteuert aber auch durchaus geringe Einkünfte in einer Höhe, wo das nicht mehr gewährleistet ist. Und daher besteuert er das Existenzminimum von Kindern. Und diesen Ausdruck, ich hatte sieben Jahre einen Lehrstuhl in Deutschland, diesen Ausdruck habe ich importiert. Es gibt eine Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtshofs, dass das dem deutschen Sozialstaatsprinzip widerspricht, wenn ein Steuersystem so ausgestaltet ist, dass es nicht mehr gewährleistet, dass das Existenzminimum, und das ist der Regelbedarf, für Kinder unangetastet bleibt. Und das ist bei uns nicht gewährleistet. Das hat aber mit den Zahlen, die Sie jetzt zur Mindestsicherung gebracht haben, relativ wenig zu tun. Aber es wäre etwas im Kampf gegen die Kinderarmut. Das habe ich jetzt gemeint. Ein konkreter Vorschlag von einem Sozial- und Arbeitsrechtsexperten. Sie nicken mit dem Kopf, Herr Keineder. Sie sitzen in dieser Gruppe drinnen, nämlich in dieser Verhandlungsgruppe, zu einer allfälligen Regierung mit der ÖVP und den Grünen. Diese Gruppe heißt Soziale Sicherheit, Neugerechtigkeit und eben Armutsbekämpfung. Und Sie haben, als das neue Sozialhilfegesetz neu heuer eingeführt wurde oder mit den Stimmen von ÖVP und FPÖ beschlossen wurde, haben Sie das in Grund und Boden kritisiert, haben gesagt, das produziert Armut, Rechtsunsicherheit. Das Schäbigste ist, sagten Sie mal, dass jeder, der mehr Kinder hat, bei dem wird die Mindestsicherung gekürzt. Und wir werden den Teufeltum und dieser Regierung das einfach so durchgehen lassen. Meinen Sie das bei einer türkis-grünen Regierung durchgehen lassen? Na, darum ringen wir gerade. Der Herr Mahl hat völlig recht. Diese Form der, wir haben es immer Kindergrundsicherung genannt. Das heißt, eine Familie muss für jedes Kind das bleiben, was ein Kind in Österreich zu einem würdigen und umfassenden Leben braucht. Das sind zwischen 400 und 500 Euro. Sie haben die Zahlen auch genannt. Das ist nicht nur dann sozusagen eine kleine Maßnahme gegen Kinderarmut, sondern das wäre dienlich, Kinderarmut überhaupt zur Gänze zu bekämpfen. Ein bisschen muss man sehen, was in den letzten vier Jahren passiert ist, nämlich genau das Gegenteil. In den oft nicht üppig ausgestalteten letzten Sicherungsnetzen der Republik wurde herumgekürzt. Und es trifft vor allem, sehen wir jetzt sozusagen in den Auswirkungen, die Kinder, die Geschwister haben. Also nicht die Familien mit einem Kind, sondern vor allem mehr Kindfamilien. Und diese Politik der Kürzung bei der Mindestsicherung oder bei der Grundsicherung oder Sozialhilfe, wie auch immer Sie es nennen jetzt in Zukunft, das muss aufhören. Jetzt hat es vier Jahre der Kürzung in der Sozialhilfe gegeben. Unser erklärtes Ziel ist es, und das müssen wir irgendwie herbringen, ist, dass wir zumindest diese Trendwende schaffen und bei den ärmsten Kindern im Land eine signifikante Verbesserung herbringen. Heißt das, das Sozialhilfegesetz, wie es beschlossen wurde von ÖVP und FPÖ, muss aufgeschnürt werden beim Thema Kinderarmut? Das kann ich Ihnen so jetzt nicht sagen. Ich hoffe, Sie erwarten von mir jetzt nicht sozusagen eine Halbzeitanalyse der Regierungsverhandlungen. Das wäre unprofessionell, das jetzt hier zu machen. Es heißt für uns jedenfalls, dass bei den ärmsten Kindern es einen signifikanten Fortschritt geben muss. Das heißt, die ärmsten Kinder müssen, wenn die Grünen regieren, natürlich einen signifikanten Vorteil daraus haben. Und darum ringen wir gerade in den Koalitionsverhandlungen jeden Tag. Die Sendungen, ich mache die Sendungen nicht für mich, sondern für die Zuschauerinnen und Zuschauer. Und die Kinder haben, die Enkelkinder, die das vielleicht wissen wollen, weil eben Kinderarmut bekämpft werden soll. Sie können ja ganz einfach sagen, muss es aufgeschnürt werden und dieser Bereich muss also auf jeden Fall repariert werden? In diesem Bereich braucht es Verbesserungen. Was wir jetzt aber gerade machen, ist gar keine so einfache Übung, Frau Reiterer. Wir sehen, dass in den letzten 10 bis 15 Jahren es eine jahrsinnige Polarisierung im Land gegeben. Es gibt tiefe Gräben und es ist kein Geheimnis, dass die Grünen und die türkise ÖVP auf verschiedenen Seiten dieser Gräben zu Hause sind. Und was wir jetzt versuchen, in sehr intensiven Verhandlungen, ist sozusagen das Verbindende herauszuglauben und im besten Fall Brücken zu schlagen. Ob das gelingt, ob es vor allem im Sozialbereich gelingt, weiß ich noch nicht, aber darum bemühen wir uns gerade. Und ich glaube, dass es auch einen gesellschaftspolitischen Mehrwert am Ende haben wird, wenn wir über diesen Graben versuchen, sozusagen tragfähige Konstrukte zu bauen, die uns eher zusammenführen als trennen. Aber das heißt, das ist noch nicht fertig verhandelt? Wir sind mitten in den Verhandlungen. Das ist natürlich noch nicht fertig verhandelt. Sie sagen ja, Herr Hacker, oder fordern sogar mit den anderen Stadträten jetzt der Sozialdemokratie, dass hier der Sozialhilfe neu die Giftsähne gezogen werden und verlangen das jetzt in erster Linie von den Grünen. Ich muss ja sagen, es sitzt ja auch sonst niemand von der ÖVP da. Also jetzt finde ich es echt bedauerlich, dass niemand da ist von der ÖVP oder von der FPÖ, weil die haben das ja letzten Endes auf die Reise gebracht. Ich hätte jetzt schon irgendwie erhofft, eine starke Ansage zu hören von dem Kollegen. Aber ich nehme das halt zur Kenntnis und wir werden weiter erwarten, was da rauskommt. Welche starke Ansage hätte ich sicher können? Naja, die Mindestsicherung hat ja nicht nur ein paar Giftzähnchen. Es ist ja in den letzten Jahren Politik in einer grauenhaften Art und Weise gegen Teile der Bevölkerung gemacht und indem in die Zivilgesellschaft hineingespalten wurde, in die Sozialenrichtungen hineingespalten wurde. Und das war alles die Geschichtenerzählung rund um die Veränderung von fundamental wichtigen Gesetzen der sozialen Sicherheit in dem Land. Und die Mindestsicherung ist natürlich eines davon. Und da geht es nicht nur um ein paar Giftzähne, sondern das Kernproblem ist, dass ja der Grundsatz dieses Sozialhilfegesetzes schon einer ist, den man kübeln muss. Weil im Grundsatz steht nicht drinnen, dass die Sozialhilfe das unterste Auffangnetz sein will, sondern im Grundsatzgesetz steht drinnen, die Sozialhilfe ist ein Zuschuss. Und das ist schon der Grundirrtum in dem Gesetz. Also mit ein paar Giftszähnen wird es gar nicht getan sein, sondern es geht um wirkliche grundlegende Runderneuerung. Und ich hätte mir jetzt ehrlich gesagt schon ein paar Aussagen erwartet. Es ist Dezember, dieses Gesetz trieb mit 1. Jänner in Kraft. Ich habe mit ziemlicher Erschütterung wahrgenommen, dass im Parlament, ich glaube im Budgetausschuss, weiß ich das nicht genau, ich sitze an dem Parlament, ein Beschluss abgelehnt worden ist von ÖVP und Grünen, wo es um die Kinderarmut gegangen ist. Und da hätte man schon einen Beschluss fassen können mit einer klaren Aussage zum Thema Mindestsicherung. Also mit Argus-Augen beobachte ich, was da gerade passiert. Weil die Menschen werden nichts davon haben, wenn da jetzt noch ewig lang verhandelt wird und am Ende des Tages diese Mindestsicherung so bleibt, wie sie ist. Die treibt wirklich Teile der Gesellschaft in die Armut. Und das muss genauso viel Sorgen machen. Sie haben in der Einleitung gesprochen von 1,5 Millionen armutsgefährdeten Menschen. Und ich denke, das eine ist, wie geht es den Armen selbst? Und das zweite ist, dass die Sorge der, die gefährdet sind. Das ist nicht zu viel, weil ich will ja alle mit hereinnehmen. Eine kurze Replik oder? Ja, weil da jetzt über diesen Antrag der Sozialdemokratinnen gesprochen wurde, da ging es um sechs Punkte, die mehr oder weniger dienlich wären, Kinderarmut zu bekämpfen. Einige davon würde ich unterschreiben, andere würde ich gern diskutieren. Das ist beschlossen. Und, naja, das war noch nicht zu beschließen. Da ging es um eine Fristsetzung für eine Übergangsregierung, die keine Mehrheit in keinem Parlament hat und um vielfache Parlamentsbeschlüsse. Sie sind mir, also die Zuschauer sind mir nicht böse, wenn wir jetzt das nicht so ganz genau behandeln, weil da müsste man dann wirklich alles genau wissen. Auf jeden Fall, die Frage ist und bleibt jetzt auch an Sie drei. Ist es so, dass das Armutsrisiko mit der Sozialhilfe wird die jetzt erhöht oder nicht, Frau Moser? Das wird definitiv erhöht, weil klar ist, dass bei den Kindern gekürzt wird, bei Familien mit zwei Elternteilen ab dem ersten Kind. Bei Alleinerzieherinnen kommt es dann darauf an, wie die Länder das ausgestalten werden. Aber da werden Kürzungen den Alleinerzieherinnen-Bonus früher oder später auffressen. Aber was für mich ganz entscheidend ist, ist, wenn wir über Kinderarmut sprechen, wir sehen müssen, Armutsbekämpfung braucht immer mehreres. Das eine ist die materielle Existenzsicherung. Das ist mit der Mindestsicherung oder Sozialhilfe angesprochen, ist ganz wichtig. Das zweite ist die Frage, welche Chancen haben Kinder. Die kann man sichern durch Bildung, durch soziale Dienstleistungen. Da ist viel zu tun. Und der dritte Faktor, den halte ich auch für ganz zentral, das ist die Frage der Teilhabe, des Dazugehörens, des Ansehens für Kinder solche Fragen wie, kann ich andere Kinder zu Hause besuchen? Können Sie mich besuchen? Kann ich bei einer Geburtstagsparty dabei sein, ein Geschenk mitnehmen? Kann ich dabei sein bei Schulveranstaltungen? Also diese drei Punkte sind zu bedenken. Und ganz wichtig ist, dass wir schauen, an der Biografie der Kinder entlang. Ab der Geburt, wo müssen wir wie intervenieren, um Armutssituationen zu verhindern? Und je früher wir damit anfangen, desto wirksamer wird es sein. Ich möchte Ihnen gerne ein Beispiel geben. Wir sind in der Diakonie sehr aktiv in Oberösterreich im Bereich der frühen Hilfen. Die gibt es in Wien auch. Da geht es um Familien, die gerade ein Kind bekommen haben, oft auch Alleinerzieherinnen. Sozial isoliert geht irgendwie nicht gut mit dem Kind, brauchen Unterstützung. Vielleicht gibt es zu wenig Geld, vielleicht ist auch eine Kindbettdepression im Spiel. Und wenn wir da anfangen zu unterstützen, spart uns das später bis zu sieben Euro an sozialen Investitionen, weil es so wichtig ist für die Kinder, gut ins Leben zu kommen, gut schon ganz als kleines Baby Bindungen aufbauen zu können, gut umsorgt zu sein. Das sagt uns schon die Hirnforschung. Also unser körpereigenes Motivationssystem springt dann an, wenn wir gut betreut, gut versorgt sind. Und dieses Problem oder diese Fragestellung müssen wir dann sozusagen in den verschiedenen Lebensphasen von Kindern durchbuchstabieren. Herr Lorca, steigt das Armutsrisiko Ihrer Meinung nach mit dem Sozialhilfegesetz, mit diesem Grundsatzgesetz? Also natürlich ist jeder Fall, wo ein Kind in Armut aufwächst, einer zu viel. Ich glaube, da sind sich sowieso alle einig. Wenn wir aber im starken Sozialstaat Österreich, wo wir in Summe im Jahr 112 Milliarden Sozialausgaben haben, es nicht schaffen, Armut besser zu bekämpfen, dann stellt sich die Frage, wo sind wir hier nicht treffsicher genug? Und weil die Frau Moser zu Recht gesagt hat, es geht darum, dass ein Kind gut aufgehoben ist. Wenn ich sehe, dass wir in Österreich ganze politische Bezirke haben, wo es keinen Kinderarzt auf Kasse gibt, dann haben wir wirklich ein Problem, weil gesundheitliche Schäden, die dann entstehen im Kindesalter, die schleppe ich unter Umständen ein Leben lang mit. Und einem Privatarzt kann sich halt wirklich nicht jeder leisten. Und da hat der Stadtrat Hacker in Wien auch eine große Aufgabe, weil auch in Wien die Zahl der Kinderärzte auf Kasse eine geringe ist. Aber ich weiß natürlich, es ist ja nicht für die Kasse verantwortlich, ist mir schon klar. Also dort wäre viel zu thematisieren. Und wir wissen auch, dass das Armutsrisiko dann sinkt, wenn die Beteiligung am Arbeitsmarkt hoch ist. Und da geht es wieder darum, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass gerade Alleinerziehende gut in die Erwerbstätigkeit hineinkommen. Das wiederum erfordert Kinderbetreuung, ganztägige. Und da sind besonders die ÖVP-Bundesländer nachlässig, wo es sehr schwierig ist, Ganztagsbetreuung für die Kinder zu bekommen. Und es geht darum, dass die Kinder schon Deutsch lernen, weil wenn die nicht gut Deutsch kennen, dann haben sie auch schlechte Arbeitsmarktchancen. Also da greift Bildung und Arbeitsmarkt ganz stark ineinander. Und da haben wir Riesenaufgaben für uns. Ich wollte gleich anknüpfen an Sie, aber zunächst so diesen 1,5 Millionen etwas sagen. Was heißt armutsgefährdet oder ausgrenzungsgefährdet? Das ist ja eine relative Größe bezogen auf die Einkommensverteilung. Die Definition lautet, wer nicht 60% des Medianeinkommens erreicht, der ist armutsgefährdet. Das sind 1.259 Euro. Interessanterweise... Im Monat muss man jetzt... Im Monat netto. Interessanterweise ist diese Quote gesunken, die Zahl der Armutsgefährdeten im Jahr 2008, 2009, als die Einkommen insgesamt gesunken sind, weil damit das Medianeinkommen gesunken ist und damit der Anteil derjenigen, die keine 60% gekriegt haben, auch gesunken ist. Also Statistik. Diese Größenordnung, mit der kann man politisch operieren, die kann man sich als Grundlage für Maßnahmen hernehmen, aber sie sagt relativ wenig aus. Sie sagt nämlich überhaupt nichts aus über die Lebenschancen der Betreffenden. Und sie sagt nichts aus darüber, wie kann ich am sozialen Leben teilnehmen. Und mein Beispiel von vorher, natürlich wird jemand, der so wenig hat, weniger am Sozialleben teilnehmen können. Es gibt aber durchaus den umgekehrten Fall. Und was ich, worauf ich mit meinem Eingangsstatement aufmerksam machen könnte, ist natürlich das Bildungssystem. Wenn ich nicht mehr gewährleiste, dass Kinder den Regelbedarf haben, dann werden sie auch nicht in eine höhere Bildung gehen können. Und dann werden sie auch nicht die Chance haben, sich zu qualifizieren. Und jetzt sind wir beim Arbeitsmarkt. Ich muss ja schauen, dass die Menschen in ein Bildungsniveau, das ist jetzt nicht nur akademisch, sondern auch ein Ausbildungsniveau kommen, wo sie in höhere Lohngruppen von Kollektivverträgen hineinkommen, damit ich höhere Einkommen erziele. Und wenn ich jetzt bei Ihnen den Kindern schon nicht ermögliche, an einer qualifizierten Bildung teilzunehmen, dann habe ich nachher die Kosten. Das ist völlig richtig. Jetzt gibt es also zwei Punkte, die, wenn man recherchiert, angedeutet werden, jetzt bei einer allfälligen Regierung von den Grünen mit der ÖVP. Das eine ist ja beim Familienbonus sind ja die unteren 20 Prozent, können ja vom Familienbonus nichts haben, weil sie ja keine Steuern zahlen, dass es ja Direktzahlungen oder eine Negativsteuer oder so geben könnte. Das eine. Und das andere, dass man unter Umständen versucht, die Sozialhilfe zu entflechten und sagt, es ist ja ein Drittel nur, die die Sozialhilfe nur unter Anführungszeichen bekommen, dass die die näher zum AMS andocken und dass man sagt, eben Menschen mit Behinderung, pflegebedürftige Menschen, dass man die quasi rausnimmt und dass man dann sagt, dass das andere oder Extrakosten sind. Ist sowas in der Art vorstellbar für die Grünen? Also für uns ist das wesentliche Ziel, dass die Zahl der von Armut bedrohten Kinder sinkt. Und ich finde, da braucht es Maßnahmenpakete, die können einerseits Geldleistung beinhalten. Das heißt, das, was jetzt gekürzt wurde, sozusagen in einer gewissen Weise ausgleichen. Da gibt es in Vorarlberg-Modelle, da gibt es auch in Wien eine Kindermindest, eine eigene Mindestsicherung für Kinder. Da geht es aber auch ganz stark um Grundleistungen der Gesellschaft. Kinderbetreuung ist angesprochen worden. Eine qualitativ hochwertige, ganztägige Kinderbetreuung führt dazu, dass die Eltern arbeiten gehen können und dass sie selbst sozusagen ihr tägliches erwirtschaften können und damit aus der Armutsfalle sich selber holen können. Aber ich bleibe dabei jetzt bei dieser konkreten Frage. Familienbonus, ist das zum Beispiel vorstellbar, dass Sie sagen, dass das ausgeglichen werden sollte? Ist das zumindest eine Forderung, die die Grünen jetzt in die Verhandlungen mit hineinnehmen? Sie könnten eine klare Ansage machen. Die Palette ist sehr, sehr lang von Dingen, die wir in diese Verhandlungen mitnehmen. Sie können sich vorstellen, dass die ÖVP gerade gewählt worden ist für das Programm, das sie die letzten vier Jahre in Oberösterreich, aber zwei Jahre in der Bundesregierung gemacht hat. Da waren diese Sozialkürzungen sozusagen ein Kernthema. Und die Grünen sind für das konträre Programm gerade in der Sozialpolitik gewählt worden. Das ist jetzt nicht simpel, das sozusagen zu diskutieren und da ein vernünftiges Paket zur Bekämpfung der Kinderarmut herzubringen. Aus meiner Sicht, wenn Sie noch kurz erlauben, gibt es ja zwei Gründe, warum die Bekämpfung der Kinderarmut hohe Priorität haben muss. Das erste ist, weil es moralisch geboten ist. Kein Kind sucht sich aus, wo es hingeboren wird, ob die Eltern gut verdienen, ob es Geschwister hat. Kein Kind ist dafür verantwortlich, in welche Verhältnisse es hineingeboren wird. Und der zweite Grund, den hat Herr Mahl schon angesprochen, ist, es ist am Ende ökonomisch sinnvoll, Kinderarmut zu bekämpfen, weil Kinder, die aus der Armutsfalle herauskommen, nachher tragende Säulen für diese Gesellschaft werden können und das spart am Ende Geld. Ich hätte im Regierungsprogramm gern einen Chancenindex für Schulen. Das halten wir für ein sehr wichtiges Instrument, und zwar für die sogenannten Brennpunktschulen. Ich mag das Wort nicht wirklich, aber für Schulen, die in Gegenden sind, wo das Einkommen der Eltern relativ niedrig ist. Die Schulen sind oft schlechter ausgestattet. Die Schulen haben schwierigere Problemlagen. Die Schulen müssen finanziell besser ausgestaltet sein. Und gleichzeitig brauchen wir in diesen Schulen auch Schulentwicklung. Also die Lehrer und Lehrerinnen in diesen Schulen müssen sagen, in meinem Bezirk, da, also nicht 15. Bezirk in Wien, wir wären die beste Schule im Bezirk. Wir fördern die Kinder ganz besonders, weil wir wissen, wenn Kindern was zugetraut wird und auch was abverlangt wird, und wenn sie wertgeschätzt werden, dann schaffen sie auch wirklich, gute Leistungen zu bringen. Also die benachteiligten Schulstandorte besonders zu fördern durch einen Chancenindex, wäre eine ganz konkrete Maßnahme. Das könnten Sie wunderbar reinschreiben ins Regierungsprogramm. Herr Marholt, Sie, werden Sie das sichern, das war auch nur Ja oder Nein, sagen. Das verhandeln wir gerade. Das verhandeln wir. Herr Marholt, als Sozialrechtsexperte habe ich jetzt vorher, natürlich wollte ich ja die Frage genau an Sie gestellt wissen. Sie müssen es als Experte wissen. Ihr Kollege Professor Matzal hat gemeint, es ist natürlich ein Paradigmenwechsel, wenn man statt Geldleistung, also einen Teil der Geldleistung in den Sachleistungen, dann eben den Menschen gibt in Not. Ist eben diese Sozialhilfe neu aus Ihrer Sicht? Hebt die das Armutsrisiko oder nicht? Sie wird das Armutsrisiko heben, aber nicht entscheidend jetzt in den Größenordnungen, die wir diskutiert haben. Geldleistung oder Sachleistung, das ist ein europäisches Thema auch. Und der Trend geht in die Sachleistung, weil sie treffsicherer ist, weil ich dann die Gewähr dafür habe, dass der Leistungsbezieher die Leistung bekommt, die für ihn erforderlich ist und nicht in andere Dinge investiert, von denen er vielleicht abhängig ist und von denen er eigentlich loskommen sollte. Ich war etwas erschrocken, als ich Herrn Ferdinand gehört habe, der gesagt hat, er hat keine Krankenversicherung gehabt. Jetzt gehört zur Sozialhilfe, gehört die Krankenversicherung dazu. Das ist Bestandteil des Sozialhilfebezugs. Er hat aber auch etwas gesagt. Er hat gesagt, er hat den Kopf in den Sand gesteckt. Und das ist etwas, das sitze ich nicht nur im Elfenbeinturm, etwas, was ich auch beobachte, dass die Leute den Zugang zu den Sozialleistungen nicht finden. Dass sie sich schämen ihrer Situation und dass sie wirkliche Informationsdefizite haben. Und da würde ich mir auch sozusagen eine noch bessere, proaktive Sozialarbeit wünschen, die auf diese Menschen zugeht. Zum Sachleistungsthema noch, damit nicht alles so ganz harmonisch ist unter uns. Das hat schon einen Sinn, Sachleistungen zu geben, weil ich gebe eine Geldleistung, die Geldleistung gerade im Migrantenbereich geht in die Heimat, um dort irgendetwas zu finanzieren. Und der Betreffende setzt sich auf die Straße und bettelt. Das will man eigentlich nicht. Das sind schon Situationen, die man durch Sachleistungsgewährung hinteranhalten kann. Sind Sie der Meinung von Projekten? Nein, ich meine, wir sollten nicht alle bösen Stereotypen, die in unserem Kopf herum Kugeln permanent bedienen. Also wird es schon welche geben, die ein Geld an die Mama in die Heimat überweisen und wird es schon jemandem geben, der sein Geld versauft. Ist ja gar keine Frage. Aber vom Grundprinzip, vom Grundprinzip, muss man sich zunächst einmal entscheiden, was ist das Ziel von Armutsbekämpfungsmaßnahmen. Geht es darum, die Armen stillzuhalten oder geht es darum, die Chancen zu geben zum Zurück ins normale Leben des Nicht-Armutslebens. Und wenn wir uns einig sind, dass Zweiteres das Ziel ist, dann kann es nicht sein, dass wir den Leuten beibringen, wir es einen Gutschein kriegen für Essen, für Gwandt und für Neiche Schurr. Sondern da geht es darum, gerade den Menschen, die den Kopf in den Sand gesteckt haben, die nicht verstanden haben, dass es schlau gewesen wäre, den Gerichtsbrief zu öffnen, dann geht es darum, denen auch zur Seite zu stehen und die zu unterstützen, das wieder zu lernen. Und dann ist die Sachleistung das schlechte Lerninstrument. Sondern da geht es um die Begleitung in Lebensphasen. Das wundert mich, weil sozusagen von der Sozialdemokratie sind wir eher das Sachleistern gewohnt. Ich denke nur, bei der Einführung der Pflege, bei der Einführung der Pflegediskussion habe ich... Sie selbst geben ja den Leuten auch Obdach und drücken ihnen nicht am Schwarzenbergplatz 400 Euro in die Hand und sagen, suche ich deine Wohnung. Das ist schon korrekt. Aber selbst in Wiener Obdachlosen... Aber selbst in Wiener Obdachloseeinrichtungen... Ich würde Sachleistungen befriedigen. Ja, aber selbst Wiener Obdachloseeinrichtungen, selbst in Notschlafstellen sind nicht völlig umsonst. Sondern wir verlangen von den Menschen, dass sie das Geld, das sie von der Mindestsicherung bekommen, auch bezahlen, damit sie sich ihren Schlafplatz bezahlen. Und das heißt nicht, weil wir so geldgierig sind, sondern weil es um diesen begleiteten pädagogischen Mechanismus geht. Und ich bin bei der Pflegefinanzierung nicht für das Ausschütten vom Pflegegeld. Ich spreche auch nicht zum Ausschütten. Nur der entscheidende Unterschiede ist, Sachleistung als Gutschein oder zielgerichtete Finanzierung. In der Pflegefinanzierung aber das Problem, dass wir genau das alles nicht machen, sondern Geld in der Gießkanne rausgeben. Und ich bin dafür, dass es eine zielgerichtete Finanzierung ist, aber trotzdem auch Finanzierung ist. Aber zwischen der Sozialhilfe als unterstes Netz, als Auffangnetz für das Leben der Menschen und der leistungsspezifischen Pflegefinanzierung, so wie auch im Kranken- und Gesundheitsbereich, ich habe kein Problem damit, dass nicht jeder zuerst einmal sein Spital zu sein muss und dann kriegt er die Rechnung ersetzt. Also da müssen wir schon unterscheiden. Das eine sind die Sachleistungsbereiche, wo es um die großen Themen geht, Gesundheitswesen, so wie ich es zuerst auch gesagt habe. Es ist ein Jammer, wie immer schlechter das Gesundheitswesen erreichbar ist. Pflegesystem. Und wir reden über die Sozialhilfe. Bei der Sozialhilfe geht es darum, auch die grundlegenden Dinge, die der Mensch einfach auch selbst gestalten will, zu erhalten. Sie haben jetzt gerade die Wohnung angesprochen, weil das größte Armutsrisiko für Menschen in den Städten vor allem liegt eben heute darin, dass sie keine bezahlbare Wohnung finden. Also die Armutsbekämpfung liegt also im wesentlichen Teil darin, wirklich leistbaren Wohnraum zu schaffen. Was ist da zu tun, Herr Lohrker? Naja, wie immer braucht es ein Bündel an Maßnahmen. Aber wenn wir heute schauen, dass die öffentliche Hand in Österreich über 50 Prozent Marktanteil auf dem Mietmarkt hat, nämlich über die Gemeindewohnungen und über die gemeinnützigen Wohnbauträger, also über 50 Prozent der Mietverhältnisse bei der öffentlichen Hand liegen, dann bin ich der Meinung, dann muss die öffentliche Hand mit diesem großen Marktanteil die soziale Frage des Wohnens lösen können. Und warum geschieht das bis jetzt nicht zur vollen Zufriedenheit? Weil wir dort wieder nicht treffsicher sind. Weil zu viele Menschen, die gut verdienen, inzwischen gut verdienen, die sind vielleicht mit einem kleinen Einkommen irgendwann einmal in eine solche Wohnung eingezogen und inzwischen haben sie sich hochgearbeitet. Wir erinnern uns an einen berühmten Nationalratsabgeordneten, der auch in den Genuss einer solchen Wohnung gekommen ist. Dort müsste man einkommensbezogen die Miete verrechnen. Dann kann man das treffsicherer gestalten. Entweder bleibt er dort und zahlt mehr, dann kommt mehr herein, mit dem man einen neuen Wohnraum schaffen kann. Oder der sucht sich auf dem freien Markt eine Wohnung, dann wird eine geförderte Wohnung frei für jemanden, der das auch dringender braucht. Ein Vorschlag, dem Sie was abgewinnen können? Jein. Das Problem bei diesem Vorschlag ist, dass es die große Gefahr birgt, dass wir im Gemeindebau dann die Durchmischung nicht mehr haben, die wir eigentlich brauchen, damit es zu keiner Ghettoisierung am Ende des Weges kommt. Also ich glaube, dass die Frage des sozialen Wohnbaus in Wien, aber auch in Innsbruck sozusagen gute Lösungen gefunden hat. Da wird man jetzt sehen, wie diese Widmungskategorie, die eingeführt wurde, wie die sozusagen die Mietpreise nach unten korrigieren kann. Da setze ich schon große Hoffnungen in. Es gibt da gar keinen Grund, dass die soziale Frage beim Wohnen ausschließlich der öffentliche Sektor befriedigen, so bei allem Respekt. Also wer in Österreich Wohnungen zur Verfügung stellt, hat einen Teil der gesellschaftlichen Aufgaben mit zu erfüllen. Und das betrifft die öffentlich Gebauten, die öffentlich Geförderten, aber natürlich auch den ganzen Privatwohnungsbereich. Ihr wisst überhaupt nicht, warum wir den ausnehmen. In Wien haben Sie 60 Prozent Marktanteil. Aber es stimmt ja nicht, dass die Genossenschaften öffentlicher Sektor sind. Nein, aber steuerlich gefördert und natürlich über die Vergabe Sie wissen, dass das nicht stimmt. Aber Sie wissen, dass Sie auf die Vergabe natürlich mit einen Einfluss haben. Aber die Vergabe der Genossenschaft sognahme keinen Einfluss. Aber wir können die Wohnbauförderung für die Förderung von Eigenheimern sofort einstellen. Das kann man einstellen. Dann hätten wir wahrscheinlich weniger Applaus in manchen Bundesländern. Damit kann ich leben. Ich auch. Ich glaube, wenn wir über das Wohnen reden, ist ein wichtiger Punkt noch die Frage der Delosierungsprävention. Also wir haben das zuerst gehört, wie schnell das geht. In Wien gibt es dazu ja auch Programme. Die Frage ist, wenn Delosierungen anstehen, wie kann man die vorher rechtzeitig verhindern? Das müssen die Menschen erfahren. Sie brauchen aber dann auch Unterstützung, um zu schauen, wie komme ich vielleicht zu Überbrückungshilfen? Wie kann ich vielleicht mein Haushaltsbudget umverteilen? Nicht zu delongieren ist wesentlich billiger, als wenn Menschen ihre Wohnung verlieren und dann nachher wieder in Wohnung gebracht werden müssen oder nachher wieder eine Wohnung finden müssen. Also da wäre noch ein wichtiger Punkt anzusetzen, weil man da auch verhindert, dass die Spirale dann nach unten geht. Delosierungsprävention wäre eine ganz wichtige Frage. Gerade in der Delosierung muss man sagen, ich finde das absolut richtig. da muss man weitreichende Maßnahmen setzen, aber da ist man sozusagen schon an der letzten Kante. Ich finde schon, Politik muss den Anspruch haben, das Leben für von Armut gefährdete Menschen grundsätzlich besser zu machen. Ich habe Kontakt gehabt mit einer Mutter, die hat sechs Kinder, die haben keine Mindestsicherung bezogen, aber ein Arbeitseinkommen, sie war beim Sozialamt, das sozusagen genau an dieser Bemessungsgrundlage ist. und die hat mir erzählt, wie es ihr geht. Die Kinder, sie bemüht sich sehr, dass es ihnen nicht an gesundem Essen und an Bildung fehlt, aber womit sie jedes Jahr zu kämpfen hat, ist, wenn die Kinder nach Hause kommen mit der Schulfotomappe und die 26,30 Euro einfach 26,30 Euro zu viel sind und diese Kinder müssen zurück zur Lehrerin als Einzige die Schulfotomappe wieder abgeben und diese Art von Stigmatisierungen, diese kleinen Verletzungen, die müssen wir ernst nehmen und um die müssen wir uns kümmern und brauchen wir von der politischen Handhabe her schon ein weitreichendes Paket gegen Kinderarmut. Herr Marholt, das Wohnungsthema, was braucht es da aus der Sicht des Sozialrechtsexperten? Jetzt ist Wohnrecht keine Materie des Sozialrechts, also da treffen Sie nicht den ausgewiesenen Experten in dem Zusammenhang, aber es ist natürlich so, dass auch der soziale Wohnbau an der Frage der Preisentwicklung der Grundstücke hängt. Ich kann auch in Wien nicht mehr zu den Bedingungen bauen, zu denen ich mir noch als Student eine Eigentumswohnung habe erwirtschaften können. Das ist eben leider nicht mehr möglich, aber umso wichtiger ist es, wenn ich es jetzt nur marktbezogen betrachte, dass ich halt das Angebot an Wohnungen vermehre, damit letztlich eine preistämpfende Wirkung erzeugt wird und das nicht in den Himmel wachst. Aber natürlich, die Instrumentarien mit Wohnbeihilfe, das kennen wir alles. Mietzinsbeihilfen kennen wir alles. Ja, erfolgreich ist es nicht. Aber wirklich ganz wesentlich, gerade im Zusammenhang mit der Sozialhilfe auch, also nicht diese Deckelungen beim Wohnen, ausreichend Wohnunterstützung. Wenn wir genau schauen, die Menschen, die in jetzt noch Mindestsicherung leben und das sind auch die, die tatsächlich manifest arm sind, weil wir zuerst immer nur von der Armutsgefährdung geredet haben. Wir haben 270.000 Menschen in Österreich, die tatsächlich in Armut leben. Das heißt, es fehlt ihnen oft das Notwendigste, sind relativ deckungsgleich mit den Mindestsicherungsbezieherinnen. Die leben in desolaten Wohnungen, die leben in feuchten Wohnungen, in schimmligen Wohnungen. Das ist gesundheitsgefährdend. Die Kinder haben keinen Platz, wo sie in Ruhe ihre Aufgaben machen können. Das wirkt sich wieder auf die Bildungschancen aus, hängt wieder damit zusammen, dass wir Halbtagsschulen sehr stark haben, wenig Ganztagsschulen, wenig Nachmittagsbetreuung. Also ich glaube, das ist so wichtig in der Armutsdiskussion zu sehen. Wohnen hängt zusammen mit Bildung, hängt zusammen mit Existenzsicherung, hängt zusammen mit sozialen Dienstleistungen wie Delogierungsprävention. Also man braucht wirklich ein vernünftiges Gesamtpaket, um effektiv Kinderarmut gerade zu verhindern. Und darum wäre es auch wichtig, dass wir ein Grundsatzgesetz haben, wenn wir schon eines haben, dass erstens die Grundsätze definiert, nämlich die Grundsätze nicht gegen die Armen, sondern zur Armutsbekämpfung. Und vor allem auch die Grundsätze definiert, was sind denn die Mindestunterstützungsleistungen eines Staates. Und da ist ja dieses Gesetz, und ich habe jetzt erst zu widersprochen, wie Sie gesagt haben, Giftzähne. Nein, es ist fundamental feucht, das Gesetz. Gut, Sie haben es ja bei Einspruch, der Verfassungsgerichtshof wird seinen Spruch fällen. Was ist das Mindeste, was die Menschen brauchen? Und das erwarten Sie, der Leute von einem Grundsatzgesetz. Und das hätte an und für sich Ende des Jahres sein sollen, aber das ist, glaube ich, auf das Frühjahr verschoben worden. Ich wollte jetzt nur den Herrn Ferdinand noch mal am Schluss fragen, was Sie sich denn von der Politik, egal von welcher Partei, wünschen? Eigentlich eine Grausamkeit. Wenn ich daran denke, wenn ich daran denke, dass manche Politiker, insbesondere die im Monat mehr bekommen als viele Österreicher im ganzen Jahr, uns dann erklären, mit 500, 800 Euro kann man ja im Monat ganz gut auskommen, die sollten das einmal ein halbes Jahr machen müssen. Dann wird es lernen. Danke. Vielen Dank, Herr Ferdinand. Wir haben jetzt mit dieser Diskussion versucht, einen Blick in die Zukunft zu werfen, wie man Armut sinnvoll bekämpfen kann. Einen Blick zurück. Sehen Sie nach unserer Sendung in dem Doc-Film Wiener Zeitgeist. Aufbruch in die 80er. Eine Reise durch die Mode, Party und Musikszene jener Jahre. Also meiner Jugend. Vielen Dank meinen Gästen für die Diskussion. Ihnen zu Hause fürs Zusehen. Reden Sie darüber. Bis nächsten Sonntag. Auf Wiedersehen. Applaus Untertitelung des ZDF, 2020